So, grüß euch. Ihr seht, wir sind hier schon wieder herringen. Es hat beim Nachbarn etwas mitgerissen. Das räumen wir jetzt der Thomas Dieter auf. Thomas hat angefangen zu rauf fahren und nachdem ist beim Salkram, wo es gebrochen ist. Jetzt fährt er geschwind mit seinem Konrad. So, ich werde jetzt geschwind einmal aufschneiden, weil ich mit dem Blut zusammengekommen bin. Jetzt wird einmal herziehen. Zähne, so eine Pauzel mitgenommen. Jetzt war fast rein, dass wir beim ersten Mal schon weg haben, weil ich einfach schon fast zu voll bin. So, wie gesagt, das ist von der Nachbarn, der Sulz. Da musst du immer viel überlegen. Na ja, wo bist du? Na ja, verkehrt. Ich habe jetzt schon ein paar Tage noch mal gefahren. So, wir schneiden jetzt einfach da rein und dann glaube ich, das da runter. So, jetzt will ich mir alles geben. Ich habe ja schon gesagt, falls es mir Interesse daran hat, auf dem Gerät einmal eine Probefahrt, dann können sie mir auf Instagram schreiben, dann organisieren wir das oder was, gell? Das passt ja, Vorführung. So, jetzt haben wir jetzt noch ein Klammlo-Sortiment. Ja, da wird es jetzt nichts mehr bringen und das ist Energieholz. So, wo hat er die Energieholz da? Da hinten. Okay. Jetzt muss ich mich erst einmal organisieren, wie der Thomas da vorher gearbeitet hat. So, jetzt ist es ein Klammlo-Sortiment. So, jetzt kommen wir jetzt noch einmal in Dresden. Ja, mal zur Arbeit, so leid. Ich habe mich an, wie gesagt, wie gesagt, Mittag hätte ich mit der Seilbahn gesagt. Das ist eine kleine Vermäser gebrochen. Das ist nichts anderes Klavierendes. Das wird mit der Zeit total gebrochen. Wie gesagt. Und jetzt bin ich da um halber Elfe reingefahren. Jetzt haben wir jetzt noch einmal in Dresden. Die haben da schon, wie gesagt, gegeben, die hochgreifen, weil... Ich habe jetzt davon, wenn wir in den Bett füchten, wichtig immer quasi, außer der Bluch ist los hier, dann kann man mit den Wolzen durchziehen, wenn man mit den Wolzen in die Kraft zieht, quasi nachgreifen, beziehungsweise schon raufholen und dann... Ja, aber... Ja, wenn ich das nicht einfolgt, ihr seht, da war einmal Wind schon da. Der hat mich schon einmal ausgezeigt, weil er relativ viel Wind brucht. Die Frehiel ist, glaube ich, noch nie da gefustert worden, ist ein richtiges Rotenholz. Also das ist ein richtiges Stangenholz. Komplett steht es. So, da haben wir jetzt den an. Schleifholz hat er da drüben. Da ist der Traktor jetzt noch im Weg. Das sortieren wir noch aus. So. Jawohl. Schleifholz wird auch hier gemacht. So. Ich wollte von den Zwarern sowieso nichts, weil es ja einfach in der Manipulation eine Katastrophe ist. So. Das ist einfach so. 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 Schnellpitz, das geht jetzt gleich. Segelwerk. Schnell, das ist gerade noch nicht. Schnellpitz, das sieht nicht aus. Schnellpitz, das ist nicht alles. Schnellpitz, das ist alles. Das ist Energieholz. Energieholz ziehe ich noch. Das ziehe ich alles aus. Das ziehe ich alles mit dem Hänger aus. Das rotzige Holz muss ich noch mit dem Hänger ausführen. Absolut. Du musst da vorne auf deine Radar nachschneiden, damit ich weiß, wo wir dumm sind. Wir haben noch viel Pustechniger noch zusätzlich. Wenn man es wegsteht müssen, wir haben einfach den Hänger ausführen. Oh, schau. Da ist es mit der Hohen, da weiß ich, fein. Seh ich, wo es dann mit zweit? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da haben sie wirklich einen Storkknopf gemacht, der ist wirklich geil. Radlbarger ist ein bisschen ungewohnt. Jetzt sind im Fehlen Radlbarger. Bei dem Kopf ist es egal, ob der jetzt eine Wudi oder ein Manta oder so. Bei so einem 40er Kopf, so wie der ist, oder sogar 45 cm, ist es dann im Fehlen ein Bager mit 10 Tonnen abwärts. Das ist alles drunter. Der hat 9 Tonnen der Bager. Wir haben hinten eine Eckpicht aufgemacht, das habe ich auch schon gesehen. Aber es ist schon ein 10 Tonnen Bager wert. Es wird noch alles immer viel stärker gefertigt. Das ist einfach so. Aber für die Maschinen, wie soll der Bückometer ist, hat er weniger Leistung. Aber die Maschinen waren ja schon vorhanden. Das war eben das Traderos für die vorhandene Maschinen. Wo es adoptiert wird, dass passt. In eine Gerätschaft, wo er das ganze Jahr eingesetzt werden kann. Weil er ist vorher nicht zugelaufen. Es war auch nicht das Interesse. Es ist ein Gerät, wo die Straßen geputzt ist. Und was tut der Waldbauer sonst mit sowas. Das ist wirklich noch die Investition bei so einem Gerät. Man kriegt ein tadellos gebrauchte Geräte. Das ist noch die Investitionssumme. Da sind wir wahrscheinlich bei einem guten Gerät mit dem Knochen. Immer noch unter 100.000 Euro. Also für einen forstwirtschaftlichen Betrieb, der viel Pflegen hat. Und nebenher noch ein paar Arbeiten will, ist das sicher kein schlechtes Gerät. Also wir reden immer vom Forstbetrieb. Nicht jetzt bitte. Das schreiben wir immer wieder. Wie sieht es halt sich das nicht aus? Wenn er 20 Hektar Waldbauer passt, dann muss er das bitte überlegen und fahren. Man muss dort mehr auswärts fahren. Das ist ganz klar. Das sind immer ein bisschen die Wir haben da andere Walddimensionen. Wie oft da habe ich Nebenwerbsbauer. Entschuldigung. Oder oft der andere, der das quasi wirklich nur als Hohen betreibt. So. Auf ist, wenn ich jetzt eine Teller auch sagen. Das ist eine Spülerei, was der mal auf die Hohen ist. Und die fahren jetzt auf damit. Auf wie das rechts. Die gerneverschen es auf. Die laufen different. Die Linke ist auf der anderen Seite, das gibt noch ein paar Devleider. Die Pflegenheit ist bei der Eracht Doktorrein. Ja, da findest du doch gleich mit Schnolle, du. Ja, aber du wirst noch ganz riesig auskommen. Hey, du putzt da noch. Wenn man ein paar Essen hat, das braucht nichts beim Netzwerk. Vorne, nachdem jetzt da was eingeschossen ist, ist ein Plexi-Scheiben drin. Das hat alles die Firma, hat den Bagger komplett adaptiert. So wie man ihn brauchen. Ihr könnt es ja mal reinschauen im Internet. Geht unter www.hemeforst.de Herbert Emil Warta Emil www.hemeforst.de 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 Eine englische Version ist nicht verfügbar, weil englisch, ich verstehe es. Ich kann es auf Dauer sprechen. So, der letzte für das Video. Dann gehen wir noch ein Lume. Spüren wir noch ein paar Tee. Mit der Wind. So, das war ein bisschen hart. Das Wieser, aber in Summe, ist die Dauer gleich. Aber ja, schon wieder Xenia. Hin und mich allerdings. So ist mein Oblänger, dann näher mal ganz so genau. So. 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 Hallo, lass uns noch. So. 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 Das war's. Es will wahrscheinlich Donnerstag aus, wie früh am Morgen ist es anzulieren. Morgen ist es ein Murmeljahrgang gehen. Donnerstag ist noch... Donnerstag ist... vermutlich, falls der Bänger frei ist, der Pastor nirgert. Ei, du Luder! Ja, es ist da heute nix heben. Da ist noch ein anderes Energiewolz, das will ich nicht zusammenmischen. Das kann noch ein anderes. Es sind da ein paar Grundbesitzer, gleich neben uns. Eben ein Blick vermischen, zum vorbeigen. So, Öfis, jetzt fahren wir noch einmal um mit dem Seil. Das ist jetzt nicht gewesen. So, der erste ist hübsch, hübsch, hübsch. Der erste ist hübsch, 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 hübsch. Der erste ist hübsch. Der erste an, wie immer, schon wieder. Und da, wo noch ein paar Vier, Der zweite ist ja noch nicht. Und da sind ja noch nicht gesehen. Da ist ein bisschen weitergeklaug. Beim nächsten tue ich mir noch ein bisschen Blätter beim Sortieren. Schauen wir mal, dass wir nicht mehr genug Abstand haben. So ist das, Jungs. Wenn man oben aufpasst. Und auch der Schwenk. Wie gesagt, falls das wirklich jemand interessiert, besteht die Möglichkeit, dass man quasi mich auf Instagram kontaktiert. Und dann könnt ihr da schauen können einmal. Oder wenn ich mit der Firma zusammen bin, ob sie irgendwo anders sind. Aber was ich jetzt so weiß, ob die Schneider. Ist ja egal. Ich meine, ob das die anderen mögen. Bei uns könnt ihr das anschauen können. Ist kein Problem. Ja, okay. Bis zum nächsten Mal. Servus.